Ihnen zu sagen, die Flugzeit wird heute 55 Minuten betragen und mein Name ist Corinna Leitgev und gemeinsam mit meiner Kabinenbesatzung freue ich mich jetzt, diese nächste Stunde für Sie da sein zu dürfen. Außerdem hoffe ich natürlich, dass Sie sich schon recht wohl hier bei uns an Bord fühlen und ersuche Sie nun auch in Ihrem eigenen Interesse um Ihre spezielle Aufmerksamkeit für die folgenden Sicherheitshinweise. Meine Damen und Herren, liebe Fluggäste, lehnen Sie sich jetzt zurück und genießen Sie diese nächste Stunde hier bei uns an Bord. Vielen Dank, meine Damen und Herren, und auf behalf des Kapitän Käferle, die Sie nicht nur gehört haben, aber auch schon gesehen haben, ein sehr warmes Austausch der Wurz über diese Austausch Airlines flight zu Sarajevo. Vielen Dank, meine Damen und Herren, liebe Fluggäste, lehnen Sie jetzt zurück und genießen Sie die nächste Stunde hier mit uns an Bord. Vielen Dank, meine Damen und Herren, liebe Fluggäste. Vielen Dank, meine Damen und Herren, liebe Fluggäste. Vielen Dank, meine Damen und Herren, liebe Fluggäste. Vielen Dank, meine Damen und Herren. . . . . . . . Ich glaube, es ist der größte Teil des Fahyettes. Ich glaube, es ist ein sehr lange Zeit. Es ist eine Zusammenarbeit mit den Organismen. Das ist die Mitgliedstaaten. Ich bin der Mitgliedstaaten. Ich bin der Mitgliedstaaten. Ich bin der Mitgliedstaaten. Ich bin der Mitgliedstaaten mit den Mitgliedstaaten. Ich bin der Mitgliedstaaten. Oh, ja. Ich bin der Mitgliedstaaten. Ich bin der Mitgliedstaaten. Ich bin der Mitgliedstaaten. Das sind die Zettelgekrieg. Ja, es gab vieles Zettelgekriegen für die Päck. Das ist die Hände. Das ist die Zettelgekrieg. Ihr hand luggage must be placed in the overhead bin or under the seat in front of you. Passengers seated in the first row or at emergency exits are requested to store their hand luggage in the overhead bins only. Please be careful when opening the overhead bins as items might fall out. For reasons of flight safety, it is forbidden to use any electronically operated equipment during take-off and landing. Moreover, devices such as television receivers or walkie-talkies may not be used during the entire flight. Please make sure that your mobile telephone is switched off while you're on board. Fasten your seatbelt whenever the fasten seatbelt sign is on. The belt can be opened easily whenever necessary. For safety reasons, we advise you to keep your seatbelt fastened while seated. Secure inference with the dating belts which will be distributed by your cabin crew. Make sure that the back of your seat is in the fully upright position and your table is folded away for take-off and landing. If your seat is equipped with a leg rest, an in-scene video monitor, or a handset, please stow them in the original position. As this is a non-smoking flight, the no-smoking sign will remain illuminated during the entire flight. It is strictly forbidden to smoke in the lavatories. Smoking in the lavatories may activate an alarm. In case of loss of cabin pressure, oxygen masks are automatically released. Pull down the nearest mask, place it over mouth and nose, and secure it with the elastic band. For an emergency landing, tighten your seatbelt, bend forward, and hold your head down when instructed to do so by the cabin crew. The emergency exits are marked with exit signs. Illuminated markers will lead to these exits. Leave the aircraft via the evacuation slide. The safety instruction in the seat pocket shows the use of the safety equipment. Please consult it carefully. In an emergency, it is imperative that you follow the orders given by the crew. Austin Airlines wishes you a pleasure flight. After a while. We've taken it all the time. We're on the way. Can drive a ride? We're in the way. Indeed, can it be delivered? To me? No, you can use it. Can you use it? When you're in your passenger seat. You can use it. Yes. You can use it. We have to leave the morning. And I know that the car can� out. ausschließlich in den Gepäcksfächern zu verstauen. Bitte öffnen Sie die Gepäcksfächer immer vorsichtig, um das Herausfallen von Handgepäck zu vermeiden. Aus Sicherheitsgründen ist es während der Start- und Landephase verboten, elektronische Geräte zu verwenden. Für tragbare Fernsehgeräte und Walkie-Talkie gilt dies auch während des Fluges. Achten Sie besonders darauf, dass Mobiltelefone während des gesamten Aufenthalts an Bord ausgeschaltet sind. Schließen Sie Ihren Sitzgurt, immerhin das Zeichen und fasten Sie, der entleuchtet. Durch einen einfachen Handgriff lässt sich der Gurt rasch wieder öffnen. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir auch während des Fluges, angeschnallt zu bleiben. Spezielle Sicherheitsgurte für Kleinkinder erhalten Sie von unseren Flugbegleitern. Stellen Sie bei Start und Landung die Linie Ihres Sitzes senkrecht und achten Sie darauf, dass das Tischchen vor Ihnen weggeklappt ist. Sollte Ihr Sitz mit einer Fußstütze, einem ausklappbaren Monitor oder einem Handset ausgestattet sein, erinnere Sie auch diese in die ursprüngliche Position zu bringen. Das Zeichen No Smoking bleibt während des gesamten Fluges eingeschaltet, da dieser Flug als Lichtraucherflug geführt wird. Auch das Rauchen in den Toiletten ist strengstens verboten und kann Alarm auslösen. Im Falle eines Druckverlustes in der Kabine werden Sauerstoffmasken automatisch herausgeklappt. Ziehen Sie eine Maske zu sich herunter und befestigen Sie diese wie Guckwand über Nase und Mund. Im Falle einer Notlandung zieht Sie auf Anweisung der Flugbegleiter Ihren Sitzgurtsschlaf an, beugen sich nach vorne und halten den Kopf unten. Die Ausgänge sind mit der Aufschrift Exit gekennzeichnet. Leuchtmarkierungen führen zu diesen Exits. Verlassen Sie das Flugzeug über die Notrutschen. Die Sicherheitsanweisung befindet sich in Ihrer Sitztasche und zeigt die Handhabung der Sicherheitsausrüstung. Wir bitten Sie, sie sorgfältig zu lesen und im Notfall die Anweisungen des Kabinenkarsinals zu befolgen. Aus Schnelllands wird beginnen einen angenehmen Flug. Aus Schnelllands wird er die Anweisungen der Anweisungen des Kabinekarsch. Es ist ein sehr schönes Rennuss. Ja, ja? Ja, da ist es eine große Herausforderung. Da ist es ein sehr schönes Rennuss. Da muss man die Valle der Valle. Da ist es ein sehr schönes Rennuss. Da ist es ein sehr schönes Rennuss. Da ist es ein sehr schönes Rennuss. Da ist es ein Rennuss. Die Viennes, die Vierge... Da sind wir die Halt. Ja, die sind ja schon. Ja, weil die Halt sind. Weil sie Paris und Vierge... Ja, ich weiß nicht. Ja, ich muss hiere gar nicht mehr Zeit kommen. Es ist sehr gut! Aber ich fände mir hier am Boden. Jetzt gibt es die Stadt Fürst ! Es gibt es eine kleine Stadt. Es ist ein paar kleine Montag, und das ist die Fonds des Valleys und die Kübette. Ich glaube, es war sehr gut. Wenn man auf die Pläne des montagnes, dann hat man die Kübette mit einem Testfluss. Aber es ist nur eine Räume. Das war sehr gut, weil die Serbs auf die montagnes sind. Es war so gut. Es war so gut. Die montagnes sind nicht so gut. Ich habe es nicht so gut. Das ist eine kleine Schöpfung. Das ist die Zeug. Ich habe die Bilder auf die Kamera. Die Bilder haben wir schon im Kopf. Das ist die Bilder. Der Bilder ist nur Fonds. Das ist die Bilder. Ich habe die Bilder. Der Bilder ist die Bilder auch. Ja, das ist eine Präfonto. Ich weiß nicht, dass es etwas gibt. Da geht es weiter. In der excludeden examinee. In dem era hat man versucht, Na, wo soll ich auch zurückkommen? schlecht ist. Echt? Ich habe die Zeit noch nie nuevo. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.